Hallo meine lieben und willkommen wieder zurück zu Kingdom Hearts. Mein Name ist TheLifeBoss alias TheLife und es geht wieder direkt weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim letzten Mal sind wir ja beim Olymp stehen geblieben und da werden wir auch ein bisschen weitermachen, zumindest versuchen. Erstmal machen wir den Fill Club. Jetzt kommen wir alleine. Denn ich will nämlich gucken, dass ich hier auch so ein bisschen alles allein hinbekomme. Die Klettermaxe. Sofern auch die Angriffe funktionieren würden. Das irgendwie komischerweise immer nie klappen will. Oder wenn es dann mal klappt, dann habe ich das verschüttet. Boah ey, ich hasse diese Affen. Geht mir aus dem Weg. Welchen Teil gerade, ihr Mistviecher, habt ihr gerade jetzt nicht verstanden von? Geht mir aus dem Weg. Alter. Mann, jetzt... Boah ey. Greif doch bitte wenigstens mal an, Zura. Das kann doch nicht so schwer sein. Er kriegt es nicht hin. Er kriegt es nicht hin. Obwohl ich den... Obwohl ich den Angriff drücke. Er kriegt es nicht hin. Reicht es mir? So. Endlich mal ein paar Probleme weniger. Also. So. Ey. Ich weiß nicht, warum ich diese Drecksaffen hasse. Es ist glücklich, dass ich durch die... ... ganzen Angriffe hier... Also egal, ob jetzt von denen oder von mir. Dass ich hier wenigstens, ähm... Dass ich hier wenigstens meine... ... MP zurückbekomme. Das muss ich mal... ... was lässt du mal bleiben? Äh, dass ich meine MP wenigstens wieder zurückbekomme. Okay. Das war das Schlüsselschwert. Okay. Pfff. Oh, das ist kein Problem. Das ist zwar ein Affen im Spiel, aber die Gegner kann ich locker... ...alle... ...los werden. das ist nicht jetzt so ein problem wenn wir diese affe nur nicht jedes mal in den weg kommen würde mal wieder heilung dankeschön schön wenn man probleme so aus der welt schaffen kann mit ihren freundchen deine grätsangriffe die kannst du mal schön bei dir behalten und tschüss also wird auch die bigfoot und das könnte jetzt interessant werden auch dass ich nicht gerade geschützt habe das könnte auf mich einprügeln so viel wollt ich muss euch danken gerade ich krieg zwar der aufs maul gerade aber ich krieg die bevorzugt mp die ich brauche nicht ep sondern mp also von daher ist das gerade recht praktisch nö 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 freunde nein habe ich gesagt ich sage nein meine ich nein freundchen ich sehe nix ah jetzt hättet ihr mal day's ist die güte auch mal ein bisschen in meiner nähe zu bleiben und nicht immer gleich ab zu hauen ihr feige Drecksaffe! Was ist deine Gräte, du Drecksaffe? Meine... Güte. Ein Kinderspiel. Mann, wie ich diese Affe hasse, ey. Zauberer. Oh, das ist kein Problem. Gegen euch kann ich locker was ausrichten. Oh. So. Na, okay. Na, komm her! Komm doch, komm doch! Na, kommt! Ihr habt eh keine Chance gegen mich, gebt's auf! Oh. Eine kleine Heilung kann ja nie schaden. Leute, gebt doch endlich auf. Ihr habt eh keine Chance gegen mich. Wiesste? Sag ich doch. Und was ist denn? Achter! Ein Kinderspiel! Oh, das könnte jetzt interessant werden. Das ist ein Hauf Waffen? Ein Hauf Waffen. Oh, das könnte jetzt interessant werden. So Wie kann ein Fettzack Wie der jetzt gerade Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen Wie kann ein Fettzack Wie der mich gerade verfehlen Ich meine selbst die Affen treffen noch besser Das will was heißen, wenn ich das sage Nein, das wollte ich nicht Wohl der Sonic Stoß Wäre Wäre in der Hinsicht jetzt gar nicht mal so verkehrt So, erstmal wieder verteidigen Och man, ich wollte gerade mein Was kommt davon denn, wenn man mir den Arsch vorstreckt Sowas mag ich nämlich überhaupt nicht Ich habe euch schon im Dschungel gehasst Das muss ich dazu sagen Hier seid ihr mir auch nicht gerade besonders Wie soll ich sagen Freundlich gesinnt Oh noch, ich rette Ich Seh nichts Danke Wo soll ich das jetzt Richtig sehr sind es noch drei Affen Die mich gerade extrem auf die Palme bringen Mann Sora Greif nicht immer den an, den du Jetzt komm Danke Ich habe mich auch nicht als erstes angegriffen Aber gut Das war zu früh Das war das Schlüsselschwert Das hat irgendwie so gerade noch geklappt Ich weiß gar nicht wie, aber es hat irgendwie geklappt Die Hitmen Och Nö Oh nö An die Arme erinnere ich mich Au Zurei, hattest du mal die Güte nicht immer die Falschen anzugreifen Okay Einarm bin ich schon mal los Wie hat der mich jetzt nicht getroffen Wie hab ich das Ja komm Du sollst hier keine So Endlich So Problem Nummer zwei geklärt Heilung Und Wohin Wohin Nicht gerade eben Äh Lol Interessant Dass das als Extasse formiert Äh So So Das war das Schlüsselschwert. Die Korpulenden. Oh Gott, nee. Die Fettbacken sollte ich in Anführungsstrichen noch in Ruhe lassen. Zumindest so lange, dass ich diese kleinen grünen Fellknäulchen hier abgemurkst habe. Das lässt du bleiben, Freund. Ich kann ja nicht von vorne angreifen, weil er ist ja leider als Immun zählt in dem Sinne. Ich habe dich auch nicht so was von als erstes getroffen, okay. Nö, nö, nö. Oh, so, mach ich immer diesen dummen seitwärts hier. Der ist scheiße. Der ist wirklich jetzt gerade abnormal. Weg. Mal heilen. Das meine ich. Der macht immer diesen scheiß Seitwärts, den ich gar nicht will. Das war knapp. Das war ein bisschen... Okay. Und schiff, du Arsch. Easy. Pämmerer. Oh, nö, nicht hier schon wieder. Die Füße sind ja das geringste Problem. Die Hände auch in Anführungsstrichen. Aber diese Affen, die sind jetzt echt gerade ein Problem. In der Kombination. Au. Ich sehe nichts. Ja, genau. Folg mir noch, obwohl ich nicht gerade heilen will. Puh. Diese dumme Hände hier nervt. Als ob diese Affen hier noch nicht schlimm genug wären. Nein. Die Patze-Tötchen müssen ja unbedingt auch noch... Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Beziehungsweise, dass ich es jetzt verschwunden was, aber ich werde hier jedes Mal... Aufgehalten. Jetzt reicht es mir langsam mit diesem verkackten Affen. Okay. So. Das... Das meine ich. Immer, wenn ich angriffen will, das ist auch so eine Scheiß-Aktion. Ja. Nö. Wenn ich sage nö, meine ich nö. So. Greif doch nicht mal so einzeln Anzuger, bitte. So. Mach doch immer diesen dummen Seitwärts-Zieb, den ich nicht brauche. Boah, dankeschön. Sehr schön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das war das Schlüsselschwert. Das war das Schlüsselschwert. Dankeschön. Warum ich nicht. Warum ich eigentlich die ganzen Teams vorlese. Äh, vorlese. Oh. Wollte ich das eigentlich Wollte ich das eigentlich gar nicht brauchen Wollte ich eigentlich sagen, aber Mir zu sehr damit beschäftigt Diese kleinen Dreckssäcke hier los zu werden Nein Nein Hört ihr jetzt auf damit? Okay, heute ist ja nicht anders Gut Du, gehen wir nicht auf den Lerf Nö Das kannst du mal vollknicken, Freundchen Pfff Als ob ich mich davon töten lass Mit Riel-Erd halten Ja toll Nein Die 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 Die